Today we have to say goodbye to the entry 100 of Swiss to an old British airspace, but for sleep. Guten Morgen, willkommen! Guten Morgen! Grüezi miteinander und einen schönen guten Morgen! Samstagmorgen zu dem einmaligen Erlebnis, das wir heute miteinander erleben dürfen. Der erste von diesen drei Rundflügen heute Morgen, oder heute an diesem Samstag, den wir mit dem letzten Avro, der zwischen operiert, erleben dürfen. Wie ihr bereits geschrieben bekommen habt, sind wir froh, wenn ihr das Flugzeug beim Aussteigen wieder in diesem Zustand hinterlässt. Sprich, wir sind froh, wenn ihr nichts abschraubt oder mitnehmt. Wir haben beim Aussteigen zwei kleine Präsenz zum Mitnehmen. Ihr werdet ein kleines Flugzeugmodell vom Avro bekommen und wir werden euch eine frisch ab Lager gelieferte Safety-onboard-Karte mitgeben können. Für alle, die das möchten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste aus dem Cockpit, ebenfalls guten Morgen! Es geht los, wir haben die Bewilligung zum Drehwerk statt. Wir wünschen Ihnen einen tollen Flug. Wir wünschen Ihnen jeder den Weg zum Lager und dich, was wir diese zwei couplesenED in diesem Jahr? Wir wünschen Ihnen einen tollen Tag ein. Wir wünschen Ihnen einen Tag. Wir wünschen Ihnen einen Tag. Wir wünschen Ihnen deinen Tag. Wir wünschen Ihnen einen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020